Ich glaube, ich hab... Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Kann ich dich anrufen? Morgen. Du würdest mich doch gar nicht anrufen. Ich glaube, ich hab nichts anrufen. Ich glaube, ich hab es verletzt. Ich glaube, ich hab das nicht angenehm. Im Lieblingshof ist ein Leben auf der Erde. Die Erde ist ein Leben auf der Erde. Es wird an der Erde in einer Gäste. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!